Federküll Stickerei ist ein ganz altes Handwerk, das fängt Ende des 17. Jahrhunderts, umfang 18. Sonne und in der sechsten Generation, wo ich das ausübe und Federküll, wir machen Ranzen und so und das gehört halt bei uns zu der Drache dazu. Das wird eigentlich an der Familie weitergehen, das kann man in der Klänge, da gibt es keinen Lehrberuf und das wird halt irgendwas von meinem Vater gelernt und wie gesagt, ich bin in der sechsten Generation, wo das ausfiecht und ich weiß nicht, ob es die Kinder weitergehen, bis dahin, die haben noch ein Bäuschen, das sind noch junge Burschen und ein junges Dirndl und werden wir schon sehen, ob es so weitergehen. Ja die Federküll Stickerei ist eine reine Handarbeit, da gibt es Gott sei Dank noch keine Maschine und da muss man Federn schneiden, alles mit der Hand, das ist die meiste Arbeit und die wird auch nicht weitergezogen, die Federn schneidereien, das bleibt auch an der Familie, wie der das schneidet und dann wird das alles mit der Hand gezeichnet und dann wird halt gestickt und da gibt es keine Maschine und Gott sei Dank ist das so und da wird es mit dem Federküll auch nie eine Maschine geben. Die Kundschaft, die kommt schon mit den Gedanken, was sie wollen. Da ist bei den Schützen, weil sie eine Nadel haben, da ist bei der Musik eine Lira, da ist ein Rausbauer, da schick mal ein Ressler rein, da ist ein Schmied, macht mal ein Ambo sein, also der kann umschaffen, was er möchte und wir sagen ihm, was es sein Stückchen geht und was es nicht geht. Aber es geht sehr, sehr viel bei der ganzen Sache. Was auch sehr wichtig ist, was ich den Leuten sagen will, die alten Ronzen herrichten lassen. Wenn sie gekauft sind oder wenn sie wach haben, wenn sie vorhin das Blatt oder so biegen lassen, ja, zu uns kommen, wir schauen uns dann um. Und wie man Brennsicht sieht, ist da schon Loch innen, da ist es oft schon schwierig. Dann wir herrichten und bringen es mir leichter. Da mache ich alles mit dem Original noch rum, da tue ich die Federn einpotzen, damit sie dazu passen und dann schaut mir super aus. Da ist es schon mal ein bisschen blöd, weil das wird alles wach und das hebt auch aufbrechen. Und deswegen sage ich, kommt es zu ihr und wir schauen uns das an, weil der hebt auf mein Hund, der passt mir. das ist es schon mal ein bisschen. Das ist schon mal ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020